Haltungskorrigierende Kleidung von Anadyne wurde inspiriert durch Kinesio Tape, eine Technologie, die häufig von Krankengymnasten für die Korrektur der Muskelfunktion und die Behandlung von Schmerzen und Verspannungen verwendet wird. Wenn Sie im Alltag Schmerzen oder Verspannungen in Nacken, Rücken oder Schultern verspüren, kann haltungskorrigierende Kleidung dazu beitragen, Ihre Körperhaltung zu verbessern und für Entlastung und Unterstützung sorgen. Sie können unsere Produkte in aller Ruhe ausprobieren. Wir gewähren 14 Tage volles Rückgaberecht und kostenlose Lieferung. Anadyne.lu – Haltungskorrigierende Kleidung 来otungskorrigierende Kleidung